Läuft! Ja, du wirst! Ich bin dran mit anmoderieren. Meine Damen und Herren, Fleck macht sich bereit, den Todessprung in die Höhle aus dem senkrechten Belüftungsschacht anzutreten. Ich hab Angst. Ich hab auch das First... Ich will nicht. Ich hab grad die, ähm, die Loot-Dingsbumskiste hier, Airdrop-Kiste geholt. Wir können jetzt Konkrete machen, ähm, Zement auch. Und ich hab grad noch gesehen, ich hatte das First Aid. Das First Eight-Pack hab ich ja auch gehabt. Du machst ja gar keine Sorgen darum, dass ich hier sterbe, wa? Ja. Ach, Leggy, das wirst du schon überleben, den Sprung in die Höhle, glaub's mal. Meine Musik ist schon wieder so leise. Ich spring da jetzt runter. Ich hab ein Bären gefunden. Ich mach jetzt den Bären platt. Mach mal. Wirst du das überleben, ja, oder? Er hat ja Sneak-Damage voll ins Gesicht gekriegt und tot. Ach, joi. Der ist tot. So, da war das Bein. Ja, das war das Bein. Ich bin unten. Aber wir haben eine senkrechte Verbindung nach oben. Jetzt müssen wir das nur noch alles richtig, ähm, ne, wegputzen da. Brauch ich erstmal ne Schiene, weil du mal... So, Beet ist fertig. Okay, ich komm jetzt auch nach Hause. Äh, ich wollt eigentlich Metall holen, ne? Naja, wir haben doch ein bisschen was. Ja, eigentlich. Ich guck jetzt erstmal wegen Zement, das ist viel wichtiger. Dass wir da, ähm, Zement uns machen. Ähm, Daddy, das mit den Reba-Dingern ist jetzt anders. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee. Ich hab jetzt auch mal getestet, was besser ist. So an Materialien. Das ist total bescheuert. Also, wir müssen uns da noch ein bisschen ausprobieren. Was ist denn jetzt los? Uah. Witzig... Uah! Okay, ich bin wieder in der Höhle. Ich hau mir erstmal den Magen voll. Ach, meine Musik ist wieder auf Pause. Wieso das eigentlich? Wieso? Ich raff das nicht. Man weiß es nicht. Das kann ich nicht. Kann ich raustappen? Ich glaub's nicht. Dann stürzt wieder Frips ab. Das ist richtig toll. Uah. So. Erstmal den Magen vollgehauen. So, give me the Larabit. Larabit. Das wär auch gar nicht schlecht, wenn wir das mitnehmen könnten. Eier. Auweia, Schanaya. Machen wir uns da noch ein. So, und jetzt zimmern wir uns das noch rein. So, ich hab auch noch ein paar Antibiotika. Super. Na, Fleck, zeig mal das Loch hier. Wo bist du denn? Da hast du. Bisschen tiefer geworden. Alter. Huch. Wo bin ich denn? Oh, bist du da oben irgendwo? Hilfe. 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 Ich bin da. Bist du da oben? Ich stehe neben dir. Ach so. Da oben ist es. Hey, was hast du denn zu Grünes da an Trinken? Was ist denn bitte? Das ist Tee oder keine Ahnung, was das ist. Das ist, äh, hier, Jucca. Ach ja. Ja, das ist gut. Mach mal. Jucca. Zack, zack, zack. Ähm, das müssen wir noch behalten. Das muss ich noch etwas schönen nachher. Da geh ich nochmal rauf. Da hat kein Zustand so. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Schiene. Äh, boah, boah, bacon and eggs. Die Geräte gebrochen. Ja, super. Die Geräte gebrochen. Wir bräuchten mal wieder ein bisschen Holz oder so. Wie viel brauchst du denn? Also, ähm, Iron hab ich. Äh, Iron sag ich schon. Ich habe auch Woodblinks im Inventar. So. Ist zwar voll übertrieben, aber ich will auch noch den, den Hasen, den Hasen will ich noch machen. Das müssen wir noch sortieren. So. Was weiter ist? Weiß ich nicht. Irgendwas ist da zerbröckelt. Nö. Alles gut. Alle, dude. Wie viel... Ne, Clay wollte ich nicht. Wir haben eine Bullittip. Gut, schmeiß ich es doch mal hier rein. Wie viel Zement haben wir denn? Also, äh, Gravel. Le Gravel. Viel. Gut, Eisenwirt. Hier habe ich nochmal ein... 33. Oh ja, Heilige. Wir haben wirklich viel Gravels. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier die doofe Heilung? Dann nochmal. Was heißt China auf Englisch? Sag mal, ich habe dir doch Heilung gegeben. Heilung? Ich habe dir doch Heilung gegeben. Ich habe dir Pillen gegeben. Ne, Pillen will ich nicht. Ich brauche was für mein Bein. Ist gebrochen. Ja, Martin ist blind. Bin da... Das mache ich doch gerade. Crossbolt. Eh, äh... Ich packe das jetzt einfach dazu. So, und das... Ja, Le, ich habe was für dich. Ich bringe dir was mit. Das ist ja toll. Gar nicht übertrieben. Wir dürfen das übrigens... Du hast ja vor der Aufnahme, hat ja hier Olle gesagt, ob wir denn heute noch dieses Mal zusammenarbeiten oder das wieder umbringen. Wir dürfen die Leute nicht zu sehr verwirren. Letztens hat mich, das war eine Folge, da haben wir zusammengearbeitet, hat mich eingebrochen. Oh Gott, was ist mit euch los? Ihr habt euch gar nicht umgebracht. Das verwirrt die... Aha, verstehe. Das verwirrt die Leute genauso. Wir dürfen sie nicht zu sehr verwirren, du verstehst das, ja? Ja, ja, klar, absolut. Ja, aber bitte jetzt nicht umbringen. Also, komm her, du kriegst gleich mal einen Pfeil zwischen dir aus. Nein, ich möchte auch nicht umarmt werden, geh weg mit deinem Hack oder weiß ich was. Jetzt erst mal raus, ich baue noch ein paar Steine für die Krustbau. Wie das da aussieht. Ja, alle, ja, alle. Ja, 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 Mann, ich bin heute so ein bisschen verwirrt. Guck mal. Will da rauf. Was denn? Ich habe dir was gegeben, Scrapiron und diese Metallteile. Ich mache gerade Großpult. Auch das ist ja ein süßes Lauf, was Flaggy da gemacht hat. Ja, das müssen wir jetzt nur noch groß sprengen. Oh Gott, das wird... Ja! Das wird schon... Wie groß wollt ihr denn das haben? Naja, die ganze Höhle ausfüllend. Alles klar. Dann fange ich gleich mal auf dem Rückweg an zu sprengen, ne? Nein, du musst doch die ganzen Sachen erst abtragen. Was wird... Na, da drin ist nichts in der Höhe. Doch, natürlich. Wir haben hier doch noch was. Das kannst du jetzt nicht einfach wegmachen. Warum hat es denn hier keine Steine? Sag mal, was ist denn das für ein... Oh, ich will nicht... Oh, nein! Was ist denn jetzt passiert? Ähm, Jolla hat Grapple abgebaut. Mhm. Aha. Und mich geschoben. Mann! Da hätte ich die auch erschließen können. Ja, hättest du quasi auch machen können. Ganz, ganz ehrlich. Jetzt ist es aber vorbei. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hier gibt es keine Steine. Was ist das für ein... Bekloppt, ja. Warte mal, ich versuche hier gerade... Abflege jetzt nicht sprengen, ne? Also, wegen den... Da hängt noch so viel. Dann baust er es mal ab. Das ist aber nur Kohle, Jolla. Das ist nur Kohle. Das macht nichts Kohle. Ab jetzt sind davon... Ah! Pass doch auf, Jolla! Bringt sie sich schon wieder um? Nein! Mit dem Grapple. Ja, du bist so. Wo hab ich denn jetzt mit dem Bolzen... Äh... Willst du mit dem Bolzen, Bolzen... Äh... Äh... Da, irgendwas, was ich leimt. Ja, genau. Ähm... Ja... Ah! Steine! Steine! Dass ich das noch erleben kann. Oh, wir kriegen keine Fortune, ne? Nicht... Wir kriegen nicht noch eine hin, oder? Ne, ich glaube nicht. 20, na doch. Doch, müsste man es schaffen. Euer Feld sieht aus wie eine Buckelpiste. Brauche ich nur noch Steine. Sag ich doch! Die Steine. Das und das nehmen wir mal mit. Ah, hier haben sie die... Haben sie die Erde rausgewurschtelt. Ey, sonst findest du Steine in Massen. Ja. Wenn du welche suchst, findest du geile. Jenny, hast du jetzt Steine? Äh, haben wir noch Metal Strips? Nee, Steine habe ich nicht. Ja, hier, nimm. Da. Da. Ja, wie viele Steine haben wir denn jetzt mittlerweile? Ich mach jetzt noch eine Forge. Forge, Forge, Forge. Ach nee, ich brauch Holz. Vielleicht, du hattest Holz, ne? Ich habe Holz. Ich komm auch gleich, äh, den Hang runtergefallen. Also das Loch runtergefallen. Das wäre toll, wenn ich Holz... Ich habe auch Holz im Invental, Yorley. Ja, den reiche ich mal rüber. Findest du da irgendwo Metall? Es ist echt nur Kohle, ne? Ja, ist nur Kohle. Vielleicht da oben. Vielleicht ist da mal... Also ich bin da nirgendwo an... Ich bin da nirgendwo an Metall vorbeigekommen. Ey, was... Was mach ich denn hier? Ja, aber ganz, ganz oben hängt ja auch nochmal ganz viel. Das ist alles Kohle? Ne, guck doch mal nach oben. Die ganzen Punkte und Flecken sind ja, ne? Und so. Steine! Steine! Wie spät haben wir? Oh, oh, oh. Ich sollte vielleicht nach Hause kommen. Ja, willst du durchs Loch kommen? Ja, ja. Genau das mach ich. Das ist der kurze Einstieg ins Haus. Genau das mach ich jetzt. Echt jetzt? Aber mir bitte nicht auf den Kopf. Du stirbst, Flecky. Nein, ich sterb da nicht. Ja, klar. Klar, stirbst du... Ja, wenn du durch das normale Loch kommst, dann nicht, aber... Na, ich spring ja nicht ganz runter. Ich hangel mich ja wie Indiana Jones davon, von den Dings zu... Ah, okay. Ja, ja. Ist klar. Gleich ist soweit. So. Mir stört also. Achtung! Komma! So. Jetzt ist... Äh, komischerweise haben gerade die Vöglein, äh, die Grillen aufgehört zu grillen. Das ist... Also... Ihr wisst, was ich meine. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich komm ja schon, ich bin ja schon... Mach! Mir fehlt meine Mühe. Ich seh dich doch, ich seh... Ich komm logischerweise nicht durch zentral oben durch. In den Nasen. Komm natürlich vorsichtig runter hier. Oh! Hilfe! Ah! Hier stürzen Dinge ein. Er landet direkt auf meinem Kopf. Jenny, willst du nicht da weg? Jenny, weg da mit dir. Nein. Der macht dich kapot. Ich weiß. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ja, ab jetzt rennen sie. Jetzt komm rein, Fleck. Ich bin ja schon drin. Hier, guckt mal. Hier, hallo. Seht ihr mich? Ja. Ja, und jetzt? Das springt mir jetzt auf den Kopf. Jetzt ist die Frage, wie komm ich runter? Kann man da einer nicht Heu hinlegen? Nein. Warum nicht? Wir haben kein Heu. Es gibt kein Luxus. Huddle mache ich ein bisschen was weg, ja? Fleck, wir haben kein Heu. Heu. Nee, das war luschig. Das machst du besser. Ah! Oh Gott, oh Gott. Da ist ein Wasser. Ich springe unter unseren Brunnen. Der ist nur eins tief. Das reicht doch, oder nicht? Ja, probier mal. Das wäre eine richtige... Jetzt stehe ich auf der Kohle hier. Äh! So, arbeite von unten. So, ich brauche noch eine Splint. Oh, nee. Mach dir selbst eine. Was ist denn das hier? Wo hänge ich denn hier? Wer hat denn hier... Wer hat denn hier... Wer ist denn da... Ja. Guten Tag, tralala. Was ist denn, wenn die Zombies da jetzt runterfallen, sterben die dann? Ich glaube es nicht. Man weiß es nicht. Also, ich glaube nicht. Ähm, nee, ich glaube es nicht. Ähm, vielleicht du wolltest doch jetzt Bolzen haben, oder nicht? Bolzen? Jetzt habe ich mir... Ich war gerade draußen Steine sammeln für Bolzen. Also, ich habe jetzt... Warum mir jetzt gleich welche? Ich mache... Ich bin jetzt gerade bei über 300 Stück und crafte immer noch. Na dann nehme ich ein paar. Ich baue aber auch noch welche. Crossbow Bowls. Aber ich muss jetzt sofort gleich mal Zement anlegen. Ähm, Jenny, es ist jetzt eine Frage, ne? Ich habe eine Antwort. Ähm, diese Steine, die du verbaut hast... Ich muss gerade nachdenken. Die du in der letzten Staffel verbaut hast, in diesem Bogen. Ähm, die sind ganz gut. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass wir Zement machen und daraus... Das craftet man dann weiter in diesen Zementblöcken. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, aber ich wusste das Z nicht mehr. Deswegen habe ich die Variante gemacht. Das ist super einfach. Dann machst du einfach bloß Zement bei dir ins Inventar, dann kommen da so eine Eimer raus und die Eimer packst du wieder ins Inventar oben. Ja, ja, ich weiß. Und dann einfach... Das geht. Das war ja gerade eine massive Anwendung der 10-Sekunden-Regel bei mir. Tja, Flag. Wir haben es doch... Wir Frauen wissen wenigstens, wovon wir sprechen. Du weißt das ja nicht. Ach, doch, ich hab voll den Durchblick. Ansonsten das andere... Die Rebar-Frames übrigens, Jenny. Ich weiß nicht mehr, mit was man sie füllt. Ich habe Cobblestone-Rocks gemacht. Damit lässt sich's nicht füllen. Die Rebar-Frames kannst du nicht füllen, meiner Meinung nach. Hä, früher konnte man die doch immer füllen. Und jetzt sind das nur Frames, oder was? Das glaube ich nicht. Was macht das Sinn? Das macht doch keinen Sinn. Hier gibt's übrigens Balkon und Axe. Was man möchte. Da. Und Rebbit... Wenn die da nicht sterben, dann wär dieses Loch ja da mal ganz ungünstig, oder nicht? Guck, mir reicht's jetzt hier sofort. Ähm, Bello. Brauchen wir Bello. Was fehlt uns da? Das Rohr. Das Rohr. Hier zieht er. So, also am nächsten Tag sprengen, ja? Ha, ha. Nee, noch nicht, weil du... Sprengen. ...erst mal die ganzen... ...die ganzen Roben, also die Materialien da rauskriegen. Das schaffst du so nicht, Joala. Glaub's mir. Hupala. Loch. Ja gut, okay, wir haben ja noch die andere Mine. Sprengen. Hier ist ein Loch. Da ist ein Loch, Loch, Loch. Ich bin ja vorhin nicht rausgekommen, ne? So, jetzt machen wir mal gucken, wie sich das mit der Armbrust macht. Aha. Und Forge. Forge, was fehlt mir? Hab ich doch. Hab ich doch. Ach, der Clay. So, jetzt hab ich drei verschiedene Schusswaffen. Korrektur, vier verschiedene Schusswaffen müsste reichen. Jetzt fehlt mir... Habt ihr einen kleinen Stein? Jenny, hast du einen kleinen Mini-Stein? Gib mal einen hier, bitte. Für die Forge braucht man auch einen Stein. Danke. Pass auf, was du tust. So. Forge. Forge that thing. Kommt mal hier runter. Fallt mal runter hier, ihr Viecher. Hallo. Wieso? Ich will sehen, wie die da runterfallen. Ja, ich glaub nicht, dass wir dabei sterben. Was wir machen können, ist denn... Wir können unten auf dem Boden einfach diese fetten Spikes aufbauen, Jenny. Später. Auf das wir reinlaufen und drin sterben. Jo. Mitgebaut. Nein, wir haben ja denn hier unten nichts mehr zu tun. Wir wohnen ja dann oben, weißt du? Wo genau oben wohnen wir denn? Da oben. Da oben. Wenn dann alles weg ist. Wenn hier komplett Himmel ist. Dann bauen wir da genau das Haus hin. Und dann kommen die gar nicht mehr an uns ran. Und fallen halt in das Loch. Warte, Loch wegbomben? Ja. Komplett alles weg. Was machst du denn? Kennt ihr diese Freediver-Höhle da in Südafrika, wo die Fallschirmspringer runterspringen? Nicht Freediver, ähm, wie heißen die? Basejumper. Da gibt es so eine Höhle, die geht, ich glaube, so einen Kilometer runter. Senkrecht. Springt die runter. Sowas wollt ihr bauen? Ja. Richtig. Na gut. Bin ich dabei. 90 Minuten. Ja. Äh. Kannst du den Server auch laufen lassen später? Was dauert 90 Minuten? Oh Gott, Zement, der braucht jetzt 90 Minuten. Was? Warum braucht der 90 Minuten? Ja, weil es halt so lange dauert. Wie viel hast du denn da reingepackt? Viel. Gar nicht mal so viel, die Hälfte nur. Ähm, haben wir zufällig einen Iron Arrowhead Malt? Nö, ne? Mach ich jetzt. Mach mal. Mach ich jetzt. So. Wir haben jetzt 150 normale Pfeile, 64 Ambrustbolzen, 36 Nägel. Hast du, Jenny, auch eine Armbrust gebaut? Ne, kann nicht mehr. Ich brauche dafür diese Metalldinger da. Ja, hier, dann sag doch was. Metalldinger. Eins davon brauche ich. Ja, ich gebe dir. Oh no. Hier, bitte. Nimm. Nimm auf. Habe ich. Oh, jetzt eine Metall... Ne, das sind normale Pfeile. Soll ich dir die Bolzen? Jenny, dir gebe ich jetzt die Bolzen, denn... Dann... Dann müssen sie nur mal runterkommen. Dann können wir alle Bolzen. Ha ha. Ja, ich baue ein bisschen all... Dings ab. Aber macht euch dann erstmal keine neuen Bolzen, weil ich mache uns dann richtige Iron Bolzen. Also aus Eisen. Die sind ziemlich gut und jeder Schuss ist dann, äh, ne? Tot und so. Die sind richtig gut. Warum hast du mir jetzt vier von den Dingern gegeben? Ich brauche doch nur eins. Ja, weil ich halt gleich eins weggecraftet habe und dachte mir so, das brauchst du jetzt nicht. Awesome. Halt doch den Scheiß. So. Repair the kit. Mach ich jetzt hier rein. Ja. So. Jenny! Ja. Ja. Au! Vorsichtig, Fleck. Ich bin über ein Bein gebrot schon. Ich bin nur ein halb Meter runtergesprungen. Aber dein Fuß ist angeknackst. Da kann es nur noch passieren. Ja, hier, da, äh, aufnehmen. So, Jenny. No, Armbrusto. Jenny geht los. Das geht los. Oh Gott, höre ich da was? Seid mal kurz ruhig. Ich sag, seid mal kurz ruhig und Jenny, äh, und Fleck so. Mama, 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 Mama. Na, 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 na. Yay. Also Hardness, Hardness 12 haben diese Concrete-Dinger. Ist okay. Ist okay. Für den Anfang ist okay. Sag mal. Das hält auch. Ähm. Was hält hast du denn jetzt gerade gemacht? Nix. Wo lachst du denn so? Was? Lass mich doch mal lachen, Mensch. Ein froher Mensch. So. Sag mal, du trägst ja noch Lederzeug. Willst du mal Iron haben? Was trage ich? Ah, da oben sind Zombies. Die kommen bestimmt gleich hier runtergehopst. Ich hol schon mal die Dings raus hier. So, Jenny, geht los. Ich baue uns die Piller. Concrete-Piller. Und darauf bauen wir das Haus. Auf eine? Auf eine einzige Säule? Wer hatte die Pfeile für die, äh, Crosper? Achso, komm her. Hier. Liegt. Liegt, liegt. Danke. Bitte. Loot Miller. Oh nein. Nicht Loot Miller. Geh mit. Nee. Ich will kein Geweck. Wie geht's jetzt? Habe ich das nicht schön gemacht mit den Fackeln da oben? Ja, absolut. Ich bin total verzaubert. Der Hammer. So, das heißt, am nächsten Tag gehe ich sprengen. Oh Gott. Du kannst du hochkommen, Flagg. Das ist halb vier. Stimmt. Gehen wir doch einfach schon mal. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Achso, ich wollte mir Medikamente mitnehmen, weil ich mich permanent zu Tode stürze hier. Ah, jetzt dauert das, wenn man so baut, dann baut das immer so lange beim Craften. Da, wo, wo, wo zum Teufel? Da. Ich bin hier raus, raus. Du machst das schon, Flagg. Wir brauchen mal langsam Kartoffeln, dann können wir uns lecker essen machen. Und bring dir eine Pistole mit, Flagg, dass du daraus schießen kannst. Weißt du, soll ich mir mitbringen? Auf die Fässer. Ja, das reicht. Warte mal, wie viel Schuss hat denn das Ding? Eine Pistole habe ich. Achso, Flagg, kannst du mal deinen Sandstone hier lassen? Ah, nee, brauchst du nicht. Alles gut. Der Sandstone ist vorne in der... Ist alles gut. Ja, ja, falls du ihn mal brauchst, ist er vorne in der Kiste. Ja, okay. Drei Minuten dauert das? What the... Okay. Drei Minuten, Terrine. Läuft das jetzt? Von Magie, ne gute Idee. Oh Gott, jetzt habe ich Produktplacement gemacht. Ne, Produkt... Produkt... Dingsbums. Ja, ja. Bäh. Yeah, ist ja gut. Wir haben ein bisschen wenig Kohle. Wurde ich nur mal mitteilen. Ich habe 19 da erst wieder reingepackt. Es sind nur 30, also es ist irgendwie nicht so viel. Man könnte echt mehr von dem Zeug vertragen. Weil es zum... Ach so, alles gut. Ach so, ich muss das ja... Guck mal, Jenny rennt hier schon draußen rum. Ich wundere mich, wer flitzt denn hier so in der Gegend rum? Ich helfe euch gleich bei der Höhle oben. Ich mache ihn mal... Ich wollte auch noch hinten, ne? Soll ich so von oben nach unten erweitern oder von unten nach oben? Ich glaube, letzteres, oder? Von oben nach unten. Würde ich auch sagen. Boah, das dauert. Okay, was machen wir denn hier so lange? Wolltest du noch irgendwas ansprechen, Joanne? Themen-Technisch? Ja, wir haben... Oder beziehungsweise... Irgendwie ist mir die Idee gekommen, weil ich bei Flaggy habe ich das, glaube ich, gesehen auf den Kommentaren. Du auch, Jenny? Ja. Dass ihr immer wieder so Fragen hattet an uns, wie wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, war die Frage. Und mir kam so allgemein die Idee, dass ihr, falls ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, Flagg zu schreiben, ist auch gut. Einfach PANG! Voll verreckt an sich selber. Eigentlich, ich wäre weit genug weg von dem blöden Ding da gewesen. Und der Darwin-Award geht an Flagg. Ja, gut. Mann, jetzt ist mein Rucksack da oben. Ich hatte auf jeden Fall die Idee, Flagg, hör mal zu. Hör zu. Ich hatte auf jeden Fall die Idee, dass ihr, ne, also ihr Zuschauer, einfach mal die Fragen, wenn ihr welche habt, oder auch Themenvorschläge, falls ihr zu irgendwelchen Sachen mal was wissen wolltet, wie wir dazu stehen oder weiß ich, was euch so einfällt, haut es einfach mal in die Kommentare oder schreibt uns eine PN. Weil ich hatte so die Idee, das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Wenn ihr mir Fragen zu Jenny und zu Flagg stellt, dann würde ich die sozusagen stellen. Und andersrum auf den Kanälen genauso. Also, die können sich dann halt nicht rausreden. Weil dann hab ich halt die Fragen. Ne? So. Zehn-Sekunden-Regel. Ach man, du bist doof. Jenny hat's verstanden. Jenny hat genau gewusst, was ich wollte. Bei Jenny wär's dann natürlich die Fragen für Flagggy und für mich. Und bei Flagggy dann ebenso. Dachte ich, mir könnte man mal wieder so ein bisschen Fragerunde machen. Hast du jetzt zugehört? Das war jetzt kurz und knackig erklärt. Jawoll, ich hab zugehört. Wir machen eine Fragerunde. Ich muss jetzt mal, ich muss jetzt erstmal meinen Rucksack... Was ist denn jetzt passiert? Fleck, ey. Das war ich nicht. Das war der Baum, den ich gerade gewählt habe. Er ist an dem Baum erschlagen. Oh, toll. Ich will nicht mehr. Darauf ein Schluck Cola. Ja, das ist das. Ja, das ist nicht geil. Jenny, da war doch noch eine zweite Idee. Ich krieg so eine Krise. Welche zweite Idee hatten wir denn noch? Ich dachte, du wusstest es noch. Die hat mir einen Baum auf den Kopf geschmissen. Da war noch eine zweite Idee. Wir hatten doch noch eine Idee. Ja. Ja, ist gut. Ich überlege auch gerade, was... Da war doch noch eine zweite Idee. Sind wir doof? Ähm, was war denn das? Ja, ich frage mich auch gerade. Was war denn das? So, ähm, Fleck, die dritte. Oh Gott. Fleck, die dritte. Ich versuch's nochmal in das Loch zu kommen. Und dann werden... Ähm, was war denn das noch? Ich weiß es nicht mehr, ihr alle. Fällt uns schon noch ein, irgendwann. So, concrete. So, wo fällst du Bäume? Ich muss den großen Bogen noch machen. Du, ich hab den Baum schon weg, der dich erschlagen hat. Warte mal, warum sehe ich denn jetzt hier zwei Rucksäcke? Weil du zweimal gestorben bist, Fleck. Hä? Soll ich was zu essen mitbringen, oder seid ihr da oben versorgt? Weil dann komme ich jetzt nämlich mal hoch. Äh, das Problem ist, ich sehe nur noch den einen Rucksack. Wo ist denn der andere jetzt? Ich hoffe, dass... In deinem Block? Das ist hier weiter. Das ist aber blöd. Ich hoffe, ist der noch da. Doch, der ist noch da. Okay, okay, okay. So, komm mal hoch. Aber wie bin ich... Faul. Faul? Äh, wo wäre denn hier so die Mitte? Vier... Ah, ich hab's wieder. Gott, sehr Dank. Was ist denn hier? So. Achtung, die zweite, aber diesmal geh ich ein bisschen weiter weg. Ich wette, ich geh wieder drauf. Nein! Ha, ha! Okay, ich bin da oben angekommen. Wenn der Fleck springt... So, das wird jetzt lustig, äh... Wenn der Fleck springt, bleibt kein Auge trocken. Oh Gott. Ich hab Angst, dass ich jetzt sterbe. Ähm... Ach du Dreck, wie mach ich denn das? Ich nicht mehr. Nach dem dritten Mal... Hilfe! Hilfe! Was höllst du denn da rum? Hilfe! Was macht sie da? Ich weiß es nicht, Flecky. Außer hysterisch rumkreischen. Mann! Ja, shit! Ich komm. Fleck, nicht sprengen! Ich bin jetzt direkt drunter! Passiert doch nix. Scheiße! Doch easy peasy! Nein! Ja, setz doch... Ich krieg's nicht gesetzt. Ich krieg's nicht gesetzt. Wee! Nein! Nein! Nee, das ist zu dicht. Das ist... Slack! Ich bin direkt unterm Loch. So, what? So, what? Halalalala, viele Bonte Smarties. Ich hab's natürlich nicht eingesammelt. Oh nee. Warte mal, pass mal auf. Ich hab's überlebt! Slack nicht. Ich hab's nicht wahr sein. Ich bin doch da gar nicht immer so dicht dran. Das kann er nicht. Es geht doch auf keine Kuhhaut. Boah, es regnet Sand. Ja, und Fleckteile. Ihhh. Deine Fleckteile kannst du behalten. Wir müssen übrigens die Folge beenden. Er will da nicht wieder rauchen. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.